Yo und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Runde Blackout. Hier könnt ihr jetzt meine beste Runde im Blackout sehen. Leider hat der Kino-Modus ein bisschen versagt und deswegen wird ab die Hälfte die Qualität ein bisschen schlechter. Naja, trotzdem wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Wir gehen als erstes, ja unten, wir gehen unten lang. Okay, er kommt nicht raus, dann lasse ich ihn. Gehe wieder zu. Er macht sogar schon seine Garage auf, so weit ist er schon. Er ist oben auf dem Dach, pass auf. Da ist er, da ist er. Was ist das? Ich will nicht, dass das jetzt eine Bombe oder so ist. Und ja. Tut mir leid, Panther, bitte. Das wollte ich wirklich nicht. Das war ein bisschen unfair von mir. Schön hinten in den Rücken rein, weißt du? Voll nicht nett. Ei, 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 ei. Scheiße, gut, dass ich auf den Kopf gezielt habe. Mache ich eigentlich nie, aber hat funktioniert. Okay, jetzt schnell looten. Die Waffe weg. Nein, 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 nein. Was habe ich schon wieder getan hier? Mit, nimmst du 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 auch mit. Muss ich meine Rüstung wieder zurückkriegen? Das ist halt wieder ein Krampf. Ah, nee. Ja, doch, wird wieder ein Krampf. Nee, hier, zack. Ob ich einen anderen Dude getötet? Ja. Nee, wo ist er? Es tut mir leid. Ach, Mann, ey. Oh, ne SDM. Gedanke. Guck mal, Leute. Richtig nette Leute hier. Richtig nette Leute, ey. Komm, aber da nehm ich das drauf, da nehm ich das drauf, das nehm ich auch drauf, das nehm ich auch drauf und das auch und das auch. Ich weiß zwar nicht, was jetzt alles funktioniert, aber ist egal. So, wir gehen kurz diesen Penner da besuchen. Wir gehen kurz hoch auf den Dings, weil der wartet genau an, ist am zu... Ist der obere oder untere tot? Äh, ja. Wir gehen mal gucken. Wem ist? Wo ist der Kollege? Ja. Ach, ah, 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 ah. Ich kann echt nicht schießen. Ich kann echt... Brrra. Wuuuuh, shit. Ich hab's geschafft, Mann. Obwohl ich so kacke geschossen habe. Warte, ich glaub, der hat mehrere Sachen, die ich jetzt benutzen kann. Hi. I'm ein guter Freund. Ich seh' natürlich nichts. Nino! Ich hab' mein Bruder... Oh Gott. Mein Bruder. Oh Gott. Ich hab' mein Bruder getötet. Ich hab' mein Bruder getötet. No way. Aber ist alles gut. Ja. Schleicher, Schleicher. 100%ig mitnimm. Weg damit. Klagebericht. Klagebericht. Kreiskollaps tot. In Sicherheit begeben. Der hatte mir einen Schrecken angejagt. Oh mein Gott. Dankeschön, mein Bester. Vollgas. Kriechen. Ich feier' Schleicher, ey. Ich feier' es einfach. Einfach zu kriechen und einfach schnell zu sein. Hoah. Geil. Geh mal zusammen in die Zone, okay? Nein! Mein Schleicher ist vorbei. Ach, Mann. Ich liebe das Ding. Da unten, da unten. Ha, das war's mit deiner scheiß Rüstung. Lauf ihn hinterher. Lauf. Lauf, Hase. Lauf. Oh, das war... Das ist also... Nö. Nö. Der hätte Mulu sein müssen hier. Ja. Das war's doch. Ha, Kollege. Ah, Mohammed Ammar. Ich hab deine Zelle rausgerissen. No, 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 no. Dankeschön, Paranoia. Kollege, wir beide müssen in die Zone rein. Wir beide. Ich hab keine Rüstung mehr. Ich hab keine Rüstung mehr. Wo ist die hin? Ach, guck mal. Pik ruhig. Pik ruhig. Du kleines Arschloch. Du kommst jetzt nicht weg hier. Wo ist er hin? No, er kommt sogar weg. Scheiße. Nee, da drüben ist er noch. Wo ist er hin? He's gone. Okay, ich muss mir ganz kurz die Sachen starten von denen. Ähm. Ah, da. Dankeschön, Bro, okay. Es tut mir leid, dass ich einen Ticken so... Stufe 2. Nice. Arigato. Was ist das? Kleiner Bastard. Hast du ein Fahrzeug nach mir gesuchen lassen, ne? Was ist das? Ich kenn das Ding halt nicht. Ich kenn das Ding nicht. Was ist das? Ist das Ding gefährlich, oder... Oder ist das ein Ding, was man nie benutzen muss? Schön, ich konnte mir die Sachen nicht rausholen. Scheiße. Aber egal, Hauptsache, ich hab ne Rüstung. Was, Stufe 2 Rucksack? Äh, Ding. Ah, nice. Warte mal, ist die. Okay. Ha, die ist sogar heile. Cool. Warte mal, da war hier niemand drin. Guck mal, Paranoia. Ich hab's bekommen. Ja. Ja, das explodiert. Oh, dann hatte ich ja... Dann hatte ich ja richtig Schwein gehabt, oder? So, wir warten jetzt mal auf den Kollege im Haus. Da wird mit Sicherheit jemand drin sein. Also ist halt meistens so. Mein aim, best aim ever. Wer besiegt mich an? Oh, oh. Ich glaub, ich muss los, ey. Ich glaub, ich muss da hin. Digga, du hast meine Sachen. Ist das oben ein Mensch da? Ne, oder? Ich glaub, das sah nur so aus. Okay, Leute. Wachsamkeit. Bam. Ich sterbe immer meistens, wenn ich Wachsamkeit mache. Aber ist scheißegal. Hier ist jemand. Nice. Gibt mir Munition. Dankeschön. Ähm, und, 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 und. Erste... Ja, er gibt mir auch alles. So, wir gehen mal hier an. Puh. Guck mal, ich hör niemanden. Ich hör niemanden. Obwohl ich Wachsamkeit habe. Ich hör niemanden. Die kriegten alle, genau wie ich. Süß. Doch hier. Ich geh geradeaus. Kreiskollaps steht bevor. Alle Mann in Sicherheit. Wenn ich jetzt wüsste, wie nah der dran ist. Aber er geht schon, er geht schon in die... Diesen Rucksack. Mann, gib mir irgendeinen Perk. Gib... Er ist hier vor mir. Eventuell hinterm Gebüsch. Ich weiß es halt nicht. Hier ist wer gewesen. Oh, ja, ja, ja. Warte mal. Da, 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 da. Das ist der Letzte. Das ist der Letzte. Das ist der Letzte. Große Instabilität entdeckt. Sofort in Sicherheitszone evakuieren. Jo, lad nach. Lad nach, Bro. No. Ne, 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 ne. Wenn ich jetzt sterbe, ne. Ich, 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 dann ticke ich richtig aus, ne. Puh. Puh. Klagebericht. Kreiskollaps droht. In Sicherheit begeben. Ja. Yes. Yes. Und das als Anfänger. Geil. Uah. Nice. GG, Leute. Wuhu. Es ist fatal, in einen Krieg zu ziehen, ohne den Willen, ihn auch gewinnen zu wollen. Ähm. Das habe ich aber getan. General Douglas MacArthur. Ich habe genau das getan. Und es hat funktioniert. Yes. Jesus. Was heißt nicht. Das war's. Falls nicht. Hab er. Was heißt nicht. Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017